Moin moin, was geht ab, boys und küsst! Euer FIFA-TJ hier! Und natürlich ist noch eine zweite Karte rausgekommen, die man vorwiegend in den Squad-Battles erzocken kann und die Karte seht ihr hier. Der liebe Golovin! Ja, Monaco, mega geile Karte. Schauen wir uns jetzt gleich an, was wir dafür machen müssen. Ja, seht ihr gleich im Video. Bis gleich! Jo, und dann sind wir auch schon angelangt und da seht ihr den guten alten Golovin und die erste Aufgabe ist Jugend in Moskau. Werde in vier separaten Squad-Battles-Partien, Mindestschwierigkeitsgrad Profi oder Rivals-Partien mit russischen Ligaspielern zum Vorbereiter. Also wir brauchen einfach nur einen Spieler aus der russischen Liga, der ein Tor vorbereitet und das in vier Partien. Squad-Battles. Dann haben wir oder, ja, oder Rivals. Ich rate euch, das in Squad-Battles zu machen. Da müsst ihr deutlich weniger schwitzen. Dann haben wir Erfolg in Frankreich. Erziele in Squad-Battles, Mindestschwierigkeitsgrad Profi oder Rivals wieder, Tore per angeschnittenen Schuss mit Ligue 1-Spielern. Das heißt, wir könnten zum Beispiel mit dem russischen Spieler vorbereiten und dann kann unser Ligue 1-Spieler den, ja, vollenden, den angeschnittenen Schuss. Und da gibt es ja eine Menge in der Ligue 1. Gucken wir auch gleich drauf. Ich zeige euch, mit welchen Spielern ich das mache. Aber da habt ihr auch günstige Alternativen, die ihr natürlich machen könnt. Und, ähm, präziser Passer. Bereit in zwei separaten Squad-Battles-Partien, ja, in zwei nur. Oder Rivals-Partien, äh, Tore mit Mittelfeldspielern mit mindestens vier Sterne schwacher Fuß vor. Das ist jetzt hier Weltklasse. Die anderen waren jeweils Profi. Hier haben wir jetzt Weltklasse. Da kriegt man aber auch, ähm, ja, da kann man sich auch zum Beispiel aus der Ligue 1, damit man auf Chemie ist, kann man sich da auch was bauen. Ähm, mit Spielern, die man da nutzen kann. Äh, da gibt es auch einige Alternativen. Man kann aber natürlich sich auch ganz andere Spieler nehmen. Ähm, ja, da habt ihr sicherlich alle einen Mittelfeldspieler im Verein, der mindestens vier Sterne schwacher Fuß auch tatsächlich hat. Von daher sehe ich da keine Gefahr, dass ihr da keinen Spieler findet. Ähm, und dann haben wir noch Goal Lavin. Oh, Goal Lavin. Keine Ahnung. Auf Goal ist das bezogen. Und, äh, trifft bei sechs separaten Squad-Battles, Siegen, mindestens Schwierigkeitsgrad Profi haben wir hier wieder. Oder Rivals, wie gesagt, ich rate euch, wieder Squad-Battles zu nutzen. Äh, mit Ligue 1 Mittelfeldspieler mit mindestens vier Sterne Spezialbewegung. Das heißt, da könnte man natürlich sagen, komm, wir nehmen jetzt einen, der hat vier Sterne, vier Sterne, ja, oder sogar fünf Sterne schwacher Fuß. Ist ja mindestens hier gefordert bei der Aufgabe davor. Das heißt, wir können da einfach nehmen Spieler, der mindestens Spezialbewegung vier hat und der einen schwachen Fuß von vier oder fünf hat. Ähm, ja, wenn man da jetzt zum Beispiel ein Neymar hat oder ein Mbappé, ist das, glaube ich, eine relativ einfache Aufgabe, den Goal Lavin abzuschließen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, welche Spieler ich da nehme, beziehungsweise welche ihr auch nehmen könntet. Bis gleich. So, und dann sind wir beim Team. Ähm, also ich habe bei mir im Verein, russischer Vorbereiter, werde ich entweder den guten Mann hier nehmen, den Vlasic oder den guten Melgare Joe, wie auch immer. Die habe ich im Verein, ähm, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr euch natürlich auch, was heißt auf Nummer sicher? Ja, ihr könnt euch natürlich auch ein Verfahren holen, einen Bakayev oder einen Small Off, kann man auch komplett nehmen. Ich würde einen, so einen Offensiven, der auch einen vernünftigen Passwert oder sowas hat. Gut, die haben jetzt, das sind jetzt nicht die krassesten Spieler hier, ne? Aber das ist, wie gesagt, eine Squad Battles Aufgabe. Da sollte das locker flockig mit diesen Spielern gehen. Gerade wenn man jetzt so ein Verfahren über Außen dann spielt und, ähm, theoretisch kann man auch Small Off noch kaufen. Dann kann man beide nehmen, damit die, ähm, egal in welcher Formation, man kriegt die dann halt mit Strong Link eingebaut. Ähm, ja. So, dass das von der Chemie her auch passt. Ähm, ja, dann werde ich entweder Neymar, Benyeda oder Cyprian halt irgendwie dafür verwenden, da eine Vorlage, beziehungsweise vier Sterne-Skiller, äh, mindestens vier Sterne schwacher Fuß. Da werde ich irgendeinen von denen benutzen oder werde irgendwie alle einbauen. Mal schauen, wie ich das mache. Ich denke mal, ich baue vielleicht sogar alle einen dann in dieses Team, ähm, und werde das mit denen dann regeln. Und dann halt mit den russischen Spielern hier, also ganz easy. Ähm, wäre jetzt von euch nicht extra ein Mbappé oder einen, ja, normalen Benyeda kann sich jeder kaufen. Normalen Cyprian kann sich jeder kaufen. Ist halt, wie gesagt, empfehle ich euch, das in Squad Battles zu machen. Ähm, natürlich kann man zum Beispiel auch einen Simon noch nehmen. Kann man, ist auch ein Ligue 1-Spieler, kann man auch benutzen. Oder ihr macht es ganz easy. Ihr nehmt Golovine. Geht natürlich auch. Gibt natürlich auch noch viele andere Alternativen. Das waren jetzt einfach nur ein paar. Ähm, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich werde den, ja, ich setze mich jetzt ran und mache den fertig. Und ja, in dem Sinne, macht's gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ähm, Abo wäre, wie sagt man so schön, Abo wäre Babbo. In dem Sinne, ciao, ciao.